Hallo Leute, ich bin neu auf dem Italian4Channel bei YouTube und ich habe heute mega, mega geile Neuigkeiten für euch. Mega Neuigkeiten? Was denn? Wer bist du denn? Ich bin Benjamin. Hey, also ich muss euch unbedingt etwas erzählen. Was denn jetzt? Komm schon, sag was du sagen willst. Ja, im Februar kommt das Mega Game für die PS4 online. Und zwar für alle PS Plus Abonnenten. Echt? Wie geil ist das denn? Wie heißt denn das Game? Outlast. Outlast ist das Mega Game und das könnt ihr zocken. Das ist so gruselig, dass dir deine Ohren wegfliegen. Wirklich? So gruselig und sowas spielst du? Ja klar, Mann. Jeder findet das richtig geil. Und das soll das gruseligste Spiel aller Zeiten sein. Und das hast du gelesen? Ja, Mann. Überall im Internet steht doch schon Outlast, das neue Game. Und das kommt am 5. Februar soll das online kommen. Und dann kannst du das auch spielen auf deiner PS4. Ja, das ist ja mega geil. Ja, und das ist mega blutig, habe ich schon gesehen. Und das sind so schreckliche Kreaturen. Die sind wie aus den schlimmsten Horrorfilmen. Und da sind so viele, so, so viele Schockmomente. Da wirst du den Controller wegschmeißen. Ja, das ist ja mega geil. Ich freue mich schon riesig da drauf dann. Es ist ja gut, dass du mir das sagst. Ja, und das darfst du auf gar keinen Fall vergessen. Und ihr da draußen auch nicht. Denn ihr müsst unbedingt im Februar eure Playstation 4 einschalten und das Game spielen. Also denkt daran. Ja, ich werde auf jeden Fall daran denken. Und dann können wir das zocken. Ja, und das ist auf jeden Fall meine Info für euch heute. Und ihr dürft auf gar keinen Fall vergessen, das blutigste Horrorgame Outlast für die PS4 gratis, gratis. Yeah, dann lass uns doch endlich PS4 zocken. Ja, das machen wir auch jetzt. Und wir wünschen euch noch einen super geilen Tag. Ja, bis dann und zum nächsten Mal. Outlast, Outlast Horrorgame. Ciao. Ciao.